hey leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von greece in der letzten folge haben wir das level blau ich würde sagen wasser erfolgreich abgeschlossen und sind jetzt glaube ich auf dem weg zu gelb hatte auf jeden fall eine errungenschaft freigeschalten wo gelb dran stand und wir sollen jetzt mal l drücken mal sehen was passiert bei l halten ich mach's Ich gebe eigentlich nur Gummi, glaube ich. Was ist das für ein schwarzes Materie hinter uns? Das uns verschlingen möchte. Ey, aus! Nicht beißen! Kann ich mich auch entscheiden, ob links oder rechts, oder macht sie es von alleine? Ich drücke einfach mal mit. Seid lieb! Aus! Was kommt denn da jetzt auf mich zu? Es ist dunkel. Hä? Licht! Schnell weg hier! Ich würde mich auch ein bisschen fürchten, deiner Dunkelheit und nicht so wissen, wo man langschwimmt. Es ist viel immer noch hinter uns. Ich hoffe, mein nicht. Wenigstens kommt hier gelegentlich meine kleine Lichtquelle. Die uns verrät, wo lang wir schwimmen müssen. Uh! Pferdelicht. Es ist so... Ach, dunkel. Ich glaube, jetzt geht es wieder los. ich drücke einfach mal immer gummi nach unten nach unten nicht nach unten deswegen ich habe mich leicht erschrocken er schwimmt nach unten wenn er weiß unten ist was aus nein aus 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 das tese in ruhe sie wollen wir ihre weltherrschaft haben das war knapp das heller komm schon danke ich bin die Schiri so freundlich danke Kumpel wenigstens eine der uns rettet was will dieses Vieh eigentlich von uns uns verspeisen hallo Sternis ja muss ich hier lang oder hätte ich woanders lang gehen müssen ich glaube es wird kälter hätte er sein können es sind aber keine Sterne für uns die da unten leuchten oder danke fürs Licht äh Licht ich glaube ich habe ich glaube wenn es hell wird dann ist es okay ich dachte ich dachte wenn es hell wird dass man dann durchfällt so wie bei den ähm anderen Bäumen was seid ihr denn? gut Egel oh nein verkackt jetzt aber jetzt aber Gedanke ist das dunkel ist da was? na egal ich gehe einfach hier rüber das war jetzt eigentlich keine Absicht okay ich werde eigentlich links und rechts nochmal schauen okay geht also nicht das heißt wir müssen hier hoch ich glaube wir müssen hier hoch haben wir jetzt die Farbe schwarz um ach danke keine Ahnung es erschreckt sich in dieser Finsternis da bin ich ich habe mich gerade gesucht ist schon cool gemacht oh verdammt dass man von Ebene zu Ebene springen kann müssten wir nicht langsam unter mir nicht oben sein ah ah Okay, und jetzt? Okay, wo müssen wir jetzt lang? Ist einer verraten? Ganz nach oben kommen wir ja noch nicht. Okay, von hier kamen wir. Okay, jetzt tauchen. Okay, hier ist er, okay. Wird da sein können, dass wir hier etwas finden? Ähm... Trotzdem weiß ich nicht so ganz, wo wir jetzt hingehen müssen. Hier vielleicht. Aber von hier kommen wir ja. Vielleicht nochmal nach oben. Von oben kamen wir, also unten sind wir ja gekommen, gegangen, nach unten zum Wasser. Ich glaube, hier ging es nicht mehr weiter. Steht da hinten etwas oder ist es einfach nur eine Wolke? Ne, da kommen wir nicht weiter. Müssen wir dann nochmal nach unten? Fragen über Fragen. Das ist jetzt neu, oder? Ich glaube, das ist neu. Das war vorher nicht da. Ich bin verwirrt. Ach, die Teile sind die Kreise, die man hätte einsammeln können. So viele Kreise haben wir doch gar nicht eingesammelt. Wo kommen wir denn jetzt hin? Was bist du? Na, komm mal mit. Na, komm. Für Geschirr. Wir brauchen dich. Warum auch immer. Was wir eigentlich, wie gesagt, diese schwarze Kreatur von uns. Geht das jetzt aufwärts oder abwärts? Es ist leicht verwirrend. Das Gefühl, dass es rechts gerade weiter geht. Ah, oder auch nicht. Wir brauchen Licht, um wahrscheinlich die einzelnen Teile zu aktivieren. Oder zu deaktivieren, damit wir weiterkommen. Na, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Warte, da kommen wir nicht weiter, Arieta. Wir kommen hier weiter. Gott. So lange ist mir das gerade noch aufgefallen, dass die verschwinden. Kommt da nicht hin, ne? Nein. Ich glaube, dieses Level wird mir noch einige Bescherungen schenken. Ach, danke. Sehr freundlich. Was soll ich da noch? Ach, geschafft. Ähm. Links. Okay. Also, war das jetzt richtig? Konnten wir auf die andere Seite? Nee, konnten wir nicht. Gut, hier können wir nichts machen. Was muss ich denn jetzt machen? Ich glaube, hier ist nichts weiter. Und abwärts. Gut, nein, hier können wir rein gar nichts machen. Das heißt, wieder in die Etage tiefer. Hier. Ähm. Und du? Und nü? Eine Möglichkeit hätten wir noch. Ganz nach oben und dann nach rechts zu springen. Das wäre die andere Möglichkeit. Das wäre die andere Möglichkeit. Führt ein Weg ja noch hin. Gut, nee. Scheint falsch gewesen zu sein. Dann alle guten Dinge sind 125. Ähm. Dann gehe ich noch mal auf die eine Ebene. Hier geht's ja auch nicht weiter. Hier geht's ja auch nicht weiter. Ah, ich seh's. Ja, sowas sieht man erst recht spät. Okay. Gut, eine Kombination. Ah, okay. Ah, verdammt. Komm, noch ein bisschen. Ja, genau das wollte ich. Ich wollte aber mal nach. Der anderen Seite schauen. Ah, weiter geht's. Ich wollte schon sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht mehr, was ich hier gerade die ganze Zeit mache. Ihr Fische funktioniert hier gerade nicht. Ihr aber. Ah, nicht so schnell. Warte, ich muss auch noch hinterher kommen. Warum? 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 Warum kann ich das denn jetzt zerstören? Oh. Okay, deswegen. Ah, okay. Okay, okay. Ich hab's gar nicht gesehen, dass die Wand da unten ist. Ah, kleiner Freund. Ah, danke. Sei lieb und komm hinterher. Da oben kommen wir nicht ran. Können wir da einen kleinen Kumpel holen? Nein. Und Belize können wir nicht schulen. So, du kommst mal mit. Ah. Okay. Ah. Mann, da braucht man echt gutes Timing. Wir wären zu Celamund, glaub ich. Wir fahren jetzt ab in den Mond. Zum Mond, nicht in den Mond. Mond. Ich hoffe, wir mussten jetzt nicht untertauchen. Oh Gott, das wäre Licht. Kommen wir runter? Lass mich raten, wir kommen. Ah, okay. Sterne gesichtet. Wir müssen natürlich einen ganz großen Umweg nehmen. Einen ganz großen Umweg. Ups. Sorry. Verpennt. Ich muss doch runter zum Stern. Ja, ich hinterfrage es gerade. Muss ich nicht zum Stern? Okay, jetzt geht's los. Jetzt ist es verwirrend. Nicht auf den Kopf. Oh, nee. Nicht auf den Kopf. Nicht so jetzt. Oh, jetzt. Ist er widerlich. Gut, weiter. Na komm. Weiter kommen wir gerade nicht. Geh mal kurz nochmal die andere Seite. Ne, da kommen wir nicht hin. Das ist verwirrend. Nein, war klar. Fehl. Warum ich gerade so leise bin, weil ich mich gerade konzentriere. ist das dein ernst? Ja, danke für das Licht, aber wo bin ich? Okay, da müssen wir hin. Danke fürs Licht. Ah, okay, wartet. Wir sind ein Fischi. Wir müssen garantiert auf die Lampe. Ach du meine Güte. Einen Stern haben wir. Wo muss ich hin? Wo muss ich jetzt da rüber? Einen Stern haben wir doch aber gesehen. Oder war das der Stern? Ich geh mal auf die andere Seite da mal. Wir müssen wieder weiter. Lass mich mal kurz nochmal hier schauen. Ob der Stern hier schon weg ist? Was ist das? Was ist das? Oh, da oben ist er noch. Wir kommen wieder hin. Wie kommen wir da jetzt hin? Fragen über Fragen? Ich habe zum Beispiel absolut keine Ahnung, wie wir da jetzt hinkommen sollten. Ich geh nochmal hin. Ich geh nochmal hin. Sorry, Leute. Wahrscheinlich ist die Lösung... Geh auf die andere Seite der Macht. Also rechts lang gehen und nicht links. Rechts können wir glaube ich gerade... Ach ne, rechts können wir ja nicht. Ups. Jetzt aber. Jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ne, ich glaube das ist doch nichts, oder? Ich glaube nicht. Wir sind vollkommen falsch. Wir gehen mal auf die andere Seite. Ich glaube es nicht. Ach, ist das dein Ernst? Natürlich fahre ich direkt durch die Luke. Haha. Ups. Ach, natürlich. Ja, da drüben komme ich nicht hin. Wir brauchen noch einen Stern und an den Stern kommen wir nicht ran. Danke fürs Licht. Lestier. 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 Wahrscheinlich so simpel das Rätsel. Hm. 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 Wo müssen wir lang? Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht weiter. Wo geht's? Nein. Hier kommen wir auch nicht weiter. Wir brauchen ja nur noch einen Stern. Einen Stern. Hier kommen wir. Hier. Wo muss ich hier jetzt weiter? Hier. Jetzt ist bei mir die Verwirrung. Wo muss ich lang? Da auf jeden Fall nicht. Der auch nicht. Oder warte mal, wir machen mal kurz, wir schauen mal kurz uns was an. Wo sind wir? Ach, verdammt. Ich glaube, könnte sein, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Okay. Ah, okay. Oh Gott, das wird ja eine Sache. Ah, nein, 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 ihr kommt mit. Ihr kommt schön mit. Puh. Alter. Schafft. Ähm, da müssen wir hin. Kommen wir da oben eigentlich hin? Es kann singen. Es kann singen. Oh. Okay, wartet mal. Huh? Musik Aber Aber ein Stern haben wir noch Ich geh nochmal runter Ein Stern haben wir noch Ich geh erstmal gucken Mann, so möchte ich auch mal gerne singen, dass alles blüht Können wir hier auch ein bisschen singen? Hallo Nein, okay Da oben können wir was aktivieren Okay, also das müssen wir Eindeutig nach Levin und Ei Gut, sie können wir nicht betrallern Vielleicht können wir ja auch Dahin fliegen Das war das? Ah Jawohl Hätte ich da echt Erstmal egal, wir haben ja das Teil geholt Ich würde sagen, schauen wir mal Was wir alles hier hinten machen können Mit unserer Sing-Sang-Stimme Natürlich Ob wir hier irgendwas Wie ist hier los, Tralla? Das ist witzig Ich weiß nämlich nicht, ob wir das Teil da unten brauchen Ich vermute schon Oder sollten wir einfach nach oben laufen? Und auf der rechten Seite waren wir auch noch nicht Danke, nasse Blume Ah, jetzt kommt er an den Stern Und wo kommen wir hier lang? Auf jeden Fall nicht dahin So Metterlinge Ich entscheide mich mal für die Seite Kein Augenblick Ähm Hätte ich mir jetzt Zeit lassen dürfen? Ich weiß es nämlich nicht Es war mir so klar Ich habe mich so viel Zeit gelassen Kein Sing zwischendurch Das war der größte Fehler Den man machen hätte können Komm schon Oh Oh, geschafft Vielleicht da drüben Tralla Auf jeden Fall hat sie ihre Stimme wieder Kann wieder jeden voll singen und voll quatschen Hier einfach auch mal Nein Ich weiß nicht, wohin wir jetzt ganz genau gehen Okay Oh, guck mal Die Blümchen können wir auch voll trallern Damit sie einfach wieder aufblühen Komm, wir stellen uns gleich in die Mitte Die größeren Blumen möchten nicht Komm ich da hoch? Nein Oh, wartet Die Schmetterlinge habe ich schon wieder nicht gesehen Ist das kompliziert, auf dem Kopf zu spielen? Einfach, weil wir es können Alles klar Wir sehen uns nicht Und wir setzen uns Alles klar Wo bin ich hier? Ich wollte... Oh, fuck. Ich wollte nach oben. Jetzt hatte ich gerade Angst, dass die uns... Na. Ich bekomme das schon hin. Keine Sorge. Wird nur ein bisschen dauern. Was ist mein Problem? Wir sollten nicht so weit springen. Kind. Nein, jetzt ist sie schon wieder so... Gesprungen. Das Leiden der Helier. Okay, so kommen wir nicht hoch. Ich hasse mein Leben. Ich sollte vielleicht auch mal dabei noch mal springen, aber diese hin- und hergezwitsche... Da kommt man auf die Idee nicht. Seht ihr? Ich bin so ein Genie. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich gerade hinlaufe. Ah, hier ist noch ein Sterni. Sehr schön. Da können wir ja jetzt wieder zurückgehen und nach oben. Hoffe ich. Sehr freundlich. Oh, hier können wir auch noch was volltrellern. Und weiter geht's. Oh, alles klar. Hab's gesehen. Hier komm ich. Nein. Dann schnell wieder zurück. Der Wasser kann sie zufällig nicht singen, ne? Hä? Ich glaube, da komme ich nicht lang. Függeschirn. Függeschirn. Tschüss, Függeschirn. Ach, jetzt sind wir wieder unten. Müssen wir da lang? Ich glaube, andere Seite. Schauen wir einfach mal, was wir oben anrichten können. Ich glaube, dass wir, oh Gott, über die Bäume müssen. Gut, da fehlt was. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, ich werde hier einen kleinen Cut machen. Ich bedanke mich für's Hoseen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.